Wir haben den Actemium Mitarbeiter gefragt, was sie den Kunden zu Weihnachten wünschen. Die Wünsche unserer Mitarbeiter sind so vielfältig wie die Menschen, die sie äußern. Aber alle Actemium Mitarbeiter haben etwas gemeinsam. Sie sind besorgt, dass sie sich auch in Zukunft über MES Manufacturing Execution Systems Elektrotechnik Instrumentierung Reinraumtechnik Industrie und Gebäudeautomation Keine Sorgen machen müssen. Was auch immer Weihnachten für Sie bedeutet, Actemium wünscht Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Actemium. Gut geplant. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Redaktion UI